In diesem Video erklären wir, wie man Fensterlinks einstellt. Im MarketWatch Fenster aktivieren wir die Taste Link und wählen wir die notwendigen Fenster aus der Liste, zum Beispiel 5 Minuten Chart, 15 Minuten Chart und Time & Sales. Mit einem Klick auf der Liste MarketWatch können wir zwischen verschiedenen Instrumenten umschalten. Wenn wir auf dem zweiten Bildschirm denselben Fensterset hinzufügen wollen, können wir das MarketWatch Fenster duplizieren. Öffnen wir das zweite MarketWatch Fenster und erstellen wir die neue Liste der notwendigen Instrumente. Mit der Taste Chart wird das Diagrammfenster geöffnet und man kann alle Einheiten auf derselben Fensterweiser-Einstein. Soforteion. Soforteion. öffnen wir die GmbH 3. Wir sind Wollt. Wir sehen uns diese Bauch in den und St contrinnen. Soforteion. Wir sehen uns das wieder imичесstes Mal. Ihr Empfeite.